Grita! Tralalalalalalalalalalalalalalaaaa! Hallo, 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 hallo. Ten minutes later. Hallo, 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 hallo. Weiter geht's mit Shakes und Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, und ihr seid ein Haufen super nicer, mega affen, Titten geiler Boys. Mm... nice. Heute werd ich wieder ein paar Dungeon-Sfergebienus-ferkeln und von hinten bis die Epics aus rausspritzen, richtig hart in mein Gesicht rein, ihr kennt das ja. Und dann tanzt auf jeden Fall der Lucky Lars in meiner Hose Samba. Ein stinknormales Let's Play oder doch etwas Tolles. Es ist so krass, Leute. Ja, ich habe mal wieder etwas Diablo 3 gespielt, aber nur ganz wenige nebenbei. Ich bin jetzt auf Paragon Level 35.000, aber wirklich nicht lange gespielt, so nebenbei. Das heutige Video werde ich deshalb auch etwas kürzer halten, weil ich dann nachher noch Diablo arbeiten muss. Das war es dann auch schon mit dem Video, Leute. Ist diesmal etwas kürzer geraten. Und ich bedanke mich auch an meine Zuseher im Livestream, die mich andauernd penetrant in der Happy Hour abgefarmt haben. Oh, und was ist das übrigens für ein mysteriöses Spiel, welches ich immer zwischen meinen Videos laufen lasse? Hallo meine Lieben, Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video, ihr Schnitzel. Wir haben den 31. Februar 2017 und ich habe mal wieder Freshes dabei für euch. Ich dachte mir nämlich mal, es wird Zeit für ein wenig Abwechslung. Und deshalb erstelle ich mir jetzt einen Dämonenkrieger. Diese Kombination hatte ich noch nie. Und außerdem ist es auf diesem Server mein Ziel, nach einem Jahr mindestens gerundet 15% im Sammelalbum zu haben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Gildenvorstellung von mir, dem Terranigma. Ja, S35 kam gerade raus und ich dachte mir, ich fange schon mal mit der Planung für S50 an. Das schadet ja nicht. Das Projekt wird heißen Hashtag voll durchstarten mit dem Gildennamen Club der Eliminierten, Dichtertod, Club Dichtergilde. War das richtig so? Ich habe es noch nicht so ganz, aber alles andere war leider schon vergeben. Von daher, wir wollen die Regeln jetzt allgemein nicht so streng machen. Aber jetzt sind irgendwie die famen Let's Player drin, deshalb Minimum 790 Abenteuerlust pro Tag. Wisst ihr ja, Hashtag voll durchstarten. Schilling ist diesmal leider nicht dabei. Die 50er PSC hat für S33 noch gereicht, aber jetzt sind die Tarife gestiegen und hat eine Hunderter gefordert. Das ist für mich auch zu viel. Aber wir sind jedenfalls eine Rotationsgilde der besonderen Art. Ich habe hier den Plan aufgestellt. Man muss die Alu immer in 5 Minuten Abständen machen. Dann wird gewechselt, dann kommt man wieder rein, dann am Ende für 2 Minuten. Also, das ist aber alles hier nach Plan. Den habe ich selbst entwickelt und der passt auf jeden Fall. Da erobern wir den neuen Server und ich würde mal sagen, jeder für S50 jetzt schon bewerben, bewerben, bewerben. 790 Alu und schauen wir einfach mal. Ich beende das Video an dieser Stelle auch. Also haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ich spreche mit euch über Themen, über die man sich sonst nicht so viele Gedanken macht. Und die Themen heute? Reissack in China umgefallen. Die Erde ist gar keine Scheibe. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt. Heute zeige ich euch, wie man einen Kundschafter-Skillt. Ich würde erstmal alle Punkte in Intelligenz stecken. Ab einem gewissen Punkt geht euch dann ein Licht auf, meine lieben Freunde, um intelligent genug zu sein, die weiteren Punkte bei Stärke zu verteilen. So werdet ihr der stärkste Kundschafter. Der Nickwoch am Mittwoch kommt übrigens diesmal statt Freitag schon am Sonntag. So, ich lese mir jetzt erstmal Post von euch Vergenussferklern durch. Ich weiß ja, wie schweinisch ihr seid. Und zwar vom XXX Schillingfan69. Oh, du weißt, was geht. XXX. Hi Lazyboy, du geiler Hengst. Nice, nice, nice. Erstens, bekomme ich bitte ein Juckt mich nicht, aber natürlich mein super nicer Boy, Juckt mich nicht. Zweitens, kannst du bitte meinen Char bewerten und mir Tipps geben? Jo, das mache ich gleich. Drittens, bitte nicht den Video lesen. Oh, verdammt, ich habe jetzt keine Lust, das rauszuschneiden. Das bleibt drin. Sorry dafür. LGXX Schillingfan69XXX. Na gut, dann zeh ich mir mal deinen Char an. Du bist hier ein Stufe 1 Magier mit 0% Sammelalbum. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich würde noch mehr auf Stärke gehen, aber ansonsten passt das. Mach weiter so, mein junger Freund. Und du bist definitiv ein super nicer Boy. Nice. For real. So, mein Untertitelung des ZDF für funk, 2017